Guten Morgen, Chef. Guten Morgen. Hast du an alles gedacht heute Morgen? Zum Bewerbungsunterlagen? Hm, bin ich eigentlich in meiner Mappe dabei? Ach, ich bin bestens vorbereitet. Hunger habe ich auch nicht wirklich. Hast du dein Navi mit? Heute Abend habe ich sie hinter mir. Was für ein Navi? Ich fahre mit dem Fahrrad. Muss auch los. Okay. Oh nein, bitte nicht. Das hat mir gerade noch gefehlt. Fuck. Bitte nicht. Ihhh. Scheiße hier, Alter. Ich glaube, du brauchst das. Danke. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Okay, ich bin schon mal da. Ich hab Zeit. In den Spiegel gucken, Haare machen. Ist das nicht frisch gestrichen? Was fehlt noch? Ah, mein Jackett. Hallo, ich hab hier ein Vorstellungsgespräch bei Herrn Geisel. Ja, dann füllen Sie bitte zuerst noch mal das Formular aus und setzen Sie. Der Herr Geisel verspätet sich um 10 Minuten. Würden Sie bitte noch mal Platz nehmen? Ähm, wo sind denn hier die Toiletten? Gerade aus überlegen. Scheiße. Ah, warum ist er verklebt? Ah, das muss doch hin, Jack. Ja, nice. Shit. Scheiße, verdammt. Ich, ich werd's ihm erklären. Er wird's verstehen. Ist ja menschlich. Ja. Wird schon gehen. Gleich geht's los. Taschentuch, 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 Taschentuch. Ah, im Jackett. Okay, alles klar. Gleich geht's los. Okay, Jonathan, ganz ruhig locker bleiben. Nur spät. So. Irgendwie hab ich ein ganz schlittes Gefühl. Das ist wie damals beim Bund. Aber da hab ich auch ganz viel Scheiße gebaut. Und hier hab ich ja nichts falsch gemacht. Es ist doch alles in Ordnung. Jetzt gucken die mich alle so komisch an. Ja. Ja. Du machst dich nur selbst verrückt. Ah, jetzt kann ich doch noch in den Spiegel gucken. Na, super. Ah, hallo, Herr Jensen. Tut mir leid, dass Sie beantworten müssen. Kommen Sie doch bitte zu uns zurück, oder? Okay, jetzt halt ohne den Blick in den Spiegel. Ah, hallo, Herr Jensen. 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 Vielen Dank.